Boim, 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 boim. Boim, 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 boim. Boim, 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 boim. Also Respekt schon mal dafür. Doch so rosig sah es am Anfang der Spielzeit gar nicht aus, als man während des Sommerturniers im dänischen Trainingslager so einige Probleme mit Gegnern bekam, die im Vergleich zu den Bundesligisten, auf die man im Laufe der Saison treffen sollte, eigentlich eher eine leichte Beute darstellen sollten. AC Parma, FC mit Jüland und Arsene Tula. Unterm Strich vielleicht maximal gehobenes Zweitliganiveau, auf welches das Team von Trainer Feige hier traf. Doch wie schon gesagt, ein zähes Stück Fleisch war es am Ende dann schon. Beispielhaft habe ich hierfür einige Szenen aus dem Spiel gegen mit Jüland rausgesucht. Zunächst einmal gut beobachten sind hier die Fehlpässe, die die Preußen hier teilweise in den Tag gelegt haben. Wir sehen das Ganze jetzt hier einmal Kammerbauer im Ballbesitz, der den Ball jetzt so überlegt zu Van Nieve. Das war schon eine enge Geschichte. Und jetzt kommt der Ball dann noch einmal weiter rüber zu Alas Armee, dem Ball völlig unnötig in den gegnerischen Fuß spielt. Gut, die können das jetzt nicht nutzen, aber trotzdem insgesamt, ne, wisst was ich meine. Der zweite Punkt ist, kaum Mittelfeldbewegung, weshalb man diese riskanten Pässe einfach spielen muss. Hier schon der erste, dort der zweite. Das ist einfach auch so eine Geschichte, die echt riskant ist. Und ja, insgesamt sind dadurch auch selten Kombinationen möglich gewesen, wie diese hier, die einmal schön herausgespielt wurde, wo Erschewski mal den Abschluss suchen kann. Doch wenn man halt diese Kombinationen herausspielt, ne, nächste Szene jetzt hier auch nochmal, rübergelegt, wieder auf Alas Armee, der dann jetzt mit der Flammen kommt, dann macht so ein Waschewski halt auch die Dinger nicht, was dann auch echt schwierig ist. Und wie das so ist, wenn du vorne nicht die Bude machst, hast du hinten irgendwann ein Problem und kassierst, wenn du Pech hast, auch mal eines. Ne, also wir können das jetzt hier einmal sehen. Dort rückt einmal Alas Armee zu weit aus. Auf rechts viel zu viel Platz, Rösler kommt nicht richtig in den Zweikampf rein und schon sitzt das Ding. Dass man am Ende dann überhaupt noch weiterkam, lag lediglich an einem glücklichen 2-1-sägigen Tula, für die, wie man hier in der Tabellenkonstellation auch schön sehen kann, es am Ende um eh nichts mehr ging und im Parallelspiel Parma so großzügig war, nicht gegen Midyland zu verlieren. So ging es dann im Halbfinale ran gegen Twente Enschede zu der ersten wirklichen Generalprobe für die Bundesliga. Dieses Spiel lief grundsätzlich besser, konnte aber auch nur im Elfmeterschießen zugunsten der Preußen Adler entschieden werden. Das Finale in Cromona wiederum lief vom Ergebnis her eindeutig für die Preußen, jedoch waren die Gegner auch nicht mehr ganz auf dem Level von Enschede. Die Bilanz, die Trainer Falke, also am Ende des Sommerturniers, mit in die Saison hineinnehmen konnte, war dementsprechend durchwachsen bis bedenklich. Alle Mannschaftsteile, trotz weniger Ab- und Neuzugänge, wollten nicht wirklich ineinander greifen. Insgesamt wirkte es so, als hätte Münster die Sommerpause eher geschadet als gut getan. Darüber hinwegtäuschen konnte ironischerweise gleich der erste Spieltag, den man furios mit 2-1 für sich im heimischen Stadion entscheiden konnte, obwohl auch hier trotz des starken Ergebnisses immer wieder Teil des Problems zu sehen war. So auch beim 1-2-1-Ausgleichstreffer der Stuttgarter am Anfang der Spielphase. Hier, als Gersola sich extrem verteckelt hat und damit Rösler ein Bedrängnis bringt, der dann wiederum nicht in den Zweikampf hineinfindet. Gut abgeschlossen wurde der Ball auch, aber somit sitzt der Ausgleich. Das Ganze resultiert dann auch irgendwo aus einem passiven Defensivverhalten, was wir hier in diesem Beispiel sehen können. Toko jetzt hier im Zweikampf, müsste den Ball eigentlich haben, kriegt den nicht wirklich. Dann kommt Kammerbauer auf rechts nicht zur Hilfe, kommt nicht in den Zweikampf rein, Flanken kann gemütig geschlagen werden und es kommt so zur nächsten Großchance, wo es die Wellenreuther parieren kann. An anderen Stellen wiederum war Preußen Münster aber auch gedanklich zu langsam, wie in diesem Beispiel hier am Ende der Partie, als Stuttgarter Spiel jetzt über rechts gleich schnell machen wird nach dem Einwurf, die Zuteilung im Mitte nicht stimmt und dementsprechend der Abschluss kommen kann. Dennoch standen am Ende der Partie drei Punkte da, was ich auch von meiner Fanseite aus durchaus begrüßte. Doch dann rutschten die negativen Aspekte wieder in den Vordergrund. 2-1 Niala gegen Hannover, 0-1 gegen Köln, 3-1 gegen Leipzig, 1-2 gegen Dortmund, 1-1 gegen Düsseldorf und ein 1-3 gegen Leverkusen. Diese Ergebnisse holten die Preußenadler vom Himmel ihrer Euphoriewelle zurück auf den Boden der Tatsachen. Ein Punkt aus sechs Spielen, wo man nach Rechnung für den Klassenhalten mindestens fünf, wenn nicht gar sieben hätte holen müssen. Ein sehr harter Schlag für alle Münzeraner Fans. Tabellenplatz 17 und die Schießbude der Liga zu sein mit 13 Gegentoren in sieben Partien veranlassten Trainer Feige zum Nachdenken und zum Umstellen. Ein Griff in die Mottenkiste genügte tatsächlich. Es wurde vom alten 5-3-2 aufs noch ältere, aus der Drittliga-Zeit stammende 4-4-1-1 umrotiert. Dies bedeutete taktisch zwar einen Verteidiger weniger zu haben, zeitgleich aber die Außenverteidiger hinsichtlich des läuferischen Pensums massiv zu entlasten und somit offensiv wie defensiv auf dem Außen besser agieren zu können. Der Plan ging auf. Ein nett anzusehender 1-0-Erfolg gegen starke Schalker war nicht der einzige Erfolg, den dieses Wochenende mit sich brachte. Nein, dadurch, dass das neue bzw. auch alte 4-4-1-1 als spielbar sich erwiesen hat, wurden die Preußen für die gesamte Restsaison taktisch erheblich flexibler, was den Gegnern auch Probleme in der Vorbereitung auf die Partie gegen den Aufsteiger machte. So konnte das Münsteraner Team mit zwei völlig unterschiedlichen Spielweisen an den Start gehen. Sich das als Gegner alleine mal auszumalen, ist an und für sich schon schlimm genug. Die einzige Lösung gegen diese flexible Spielweise ist für den Gegner sein eigenes Spiel, den Preußen aufzuzwingen und das können nun wirklich nicht viele Mannschaften in der Liga. Auch der große FC Bayern bekam seine Probleme damit. Und hier kommen wir wohl zum absoluten Highlight der Hinrunde, wenn ich gleich vorwegnehmen möchte, dass das für mich nicht das beste Spiel der Preußen-Mannschaft der gesamten Hinrunde war. Im DFB-Pokal traf man auf den deutschen Rekordmeister, logischerweise als absolute Underdog, doch die Extremkrisen in Bayern sorgten dank ihrem Formtief dafür, dass die Preußen definitiv Schritt halten konnten. Und dann war es soweit, in der Nachspielzeit. Ja, wirklich ganz großes Kino für jeden Münsteraner Fan. Diese goldene Kombination, wirklich spielerisch hervorragend herausgespielt in der Verlängerung. Hier rechts rausgelegt auf Stoll, dann in die Mitte rüber Verlager, zweiter Pfosten, Waschewski 1-0. Einfach herrlich. Und danach ging es so richtig aufwärts. 2-2-1-Sieg gegen Gladbach, 0-0 gegen Frankfurt, 2-1 gegen Augsburg, 1-1 gegen Mainz und ein sattes 3-0 bedeutenden Elfpunkte aus sechs Spielen. Warum sechs Spiele, Malte? Das waren doch nur fünf Vereine. Ja, gut, okay. Eine 2-0-Niederlage gegen Bayern war auch noch dabei, aber diese fällt hinsichtlich des Sieges im DFB-Pokal nicht mehr ganz so sehr ins Gewicht. Anders sieht es da schon mit einem Pokalmatch gegen Mainz aus. Ärgerlich. Einfach ärgerlich. Eine blöde 1-0-Niederlage, trotz absoluter Überlegenheit und die Chance auf die Sensation im Pokal ist futsch. Denn neben Münster waren, wie hier zu sehen, auch viele weitere Top-Klubs danach nicht mehr vertreten, sodass dieser Wettbewerb durchaus attraktiv für uns geworden wäre. Auch als Aufsteiger. Schade drum. Zum Schluss bleibt dann noch das Spiel, welches ich jetzt in der Hinrunde auf Preußen-Münsters Seite am schönsten fand. Der 2-1-Auftritt letzte Woche gegen den Tabellenführer aus Hoffenheim war, ja, schon wirklich sensationell. Ich habe hier extra keine Szenen aus dem Spiel eingefügt, da ich wirklich jedem Fan der Reihe nur empfehlen kann, sich dieses Spiel wirklich nur über 90 Minuten reinzuziehen. Eine wirklich klasse Partie mit perfekter Krönung. Soviel also zur grundlegenden Situation Preußen-Münsters nach der Hinrunde. Werfen wir nun mal einen Blick auf die Entwicklung der einzelnen Spieler. Wellenreuther. Die neue Nummer 1 im Kasten von Preußen-Münster ist wohl der wichtigste Transfer, den Trainer Falker über die Sommerpause über die Bühne bringen konnte. Nachdem schon früh feststand, dass Münster für die 1. Bundesliga einen eigenen festen Torwart haben möchte und man Körper aus Berliner Sicht nicht einfach darauf abgeben wollte, rückte der Ex-Schalker Timon Wellenreuther in den Fokus des Aufsteigers. Mit Erfolg. Der Wechsel ging reibungslos über die Bühne und die Leistung des ehemaligen U21-Nationaltorhütters stimmen auch. Er blieb in 15 Spielen zwar nur dreimal ohne Gegentor, dennoch ist das bei einem Aufsteiger eine immer auch sehr akzeptable Quote. Hinzu kommt, dass, soweit ich das jetzt auf dem Stirm habe, er sich auch noch keinen großen Bock erlaubt hat, sodass er auf jeden Fall eine feste Säule im Mannschaftsgefüge bildet. Böhm. Ja, er ist eher einer für stille Kämmerlein, zumindest bisher, denn über die Rolle des Ersatz-Torwarts kommt das Münsteraner Eingewächs bislang noch nicht hinaus. In den paar Partien, in denen er ran durfte, zeigte er ebenso ordentliche Leistung wie die Nummer 1 und Trainingsbeobachtern zufolge verbessert er sich kontinuierlich. Ein guter Ersatzkeeper mit Ambitionen für mehr. Kammerbauer. Er ist wohl neben Toko der verlässlichste Spieler im System Falke. Schon seit Drittliga-Zeiten dabei steht er symbolträchtig für den Aufstieg der Traditionsmannschaft. Bislang gelang es Manager und Trainer, noch alle Angebote für ihn aus der 1. Liga abzublocken. Aber wenn nicht jetzt schon im Winter, so denke ich doch spätestens im Sommer dürfte er auch im Ausland vielleicht sogar auf der Insel Begehrlichkeiten geweckt haben, die die Vereine wiederum in Punkte hoher Ablösesumme wohl den Westfalen bereitwillig zeigen werden. So hat er logischerweise auch in dieser Halbserie konstant gute Leistung erbracht und ist somit ein festgesetztes Spieler sowohl in der Vierer- als auch in der Fünferkette. Mathos. Hier gehen die Meinungen von Killer und mir tatsächlich einmal ein bisschen auseinander. Eingefädelt als einzigen Neuzugang im Sommer für eine nennenswerte Ablöse von 1,5 Millionen Euro ist der südländische Linksverteidiger auf seiner Position die meiste Zeit über gesetzt gewesen. Der ehemalige Bielefelder macht für mich auf links eine stabile Figur. Vielleicht nicht ganz so hervorragend wie sein Pendant Kammerbauer auf rechts, aber dennoch solider und ausdauernah als Vorgänger Al-Hassameh. Zwar wirkte Trainer Feige noch im ein oder anderen Spiel unzufrieden mit ihm, doch eine selbst errechnete Durchschnittsbewertung von 7,6 nach 17 gezählten Partien mit dreimal Man-of-a-Match-Auszeichnung dürften den Trainer rein statistisch bald zu einem Meinungsumschwung bewegen. Für mich hat Mathos die linke Verteidigerseite somit erfolgreich stabilisiert und seinen Kauf jetzt schon im Winter voll und ganz gerechtfertigt. Neithart Dass es im Moment nun auf den Außenbahnen so gut läuft, zieht auch zwangsläufig eigene Leigtragende mit sich. Einer von ihnen ist Nico Neithart. Der Sohn des Meppen-Trainers galt in letzteren Saison als Einwechslungsgarant unter Trainer Feige mit guten Aussichten auf seinen Stammplatz auf der LV-Position. Dass ihm nun Mathos vorgezogen wurde, dürfte dem Ex-Lotteraner wohl übel aufstoßen. Seine Spielzeit hat sich im Vergleich zum letzten Jahr drastisch reduziert und ohne eine schwerwiegende Verletzung wird sich das im Frühjahr auch nicht mehr ändern. Hier sehe ich vor allem Trainer Feige in der Pflicht, ihm immer mal wieder Spielminuten, am besten auch ein paar Startelf-Einsätze zu geben, um ihn bei Laune zu halten. Denn fast nichts ist beim Aufsteiger in der ersten Saison so wichtig wie eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft. Fazit Bleibt wo vorher erst in der Rolle des Einwechselspielers. Al-Hassame Wenn man schon davon spricht, dass die Spielminuten von einem Nico Neithart massiv eingeschränkt wurden, so sind sie bei Al-Hassame nahezu ganz gestrichen worden. Letztes Jahr mit Neithart im Clinch um die LV-Position konnte er in diesem Jahr bislang Trainer Feige nicht überzeugen. Hinsichtlich der Alternativen auf seiner Position dürfte sich auch im Frühjahr für ihn nichts mehr dran ändern. Hinzu kommt, dass sein Vertrag ausläuft. Somit stehen alle Zeichen von ihm auf Trennung, würde ich sagen. Ich persönlich würde am Wechsel eine Etage tiefer in die 2. Bundesliga nahelegen. Das Niveau für die 1. hat er aus meiner Sicht bei aller Liebe nicht. In Sachen Innenverteidigung heißt es bei Ole Kittner wiederum Alter vor Schönheit. Doch so sehr gehört Ole Kittner doch nicht zum alten Eisen, wie man es zunächst glauben mag. Das Münsteraner Urgestein ist nämlich noch immer ein fester Bestandteil der Mannschaft von Trainer Friedolin Feige. Klar, für einen Stammplatz in der 1. Liga reicht es bei ihm nicht mehr. Dennoch reibt sich der Sportjournalist immer mal wieder die Augen, wenn dieser Mann den Platz betritt. Wie heißt es so schön? Wenn er gebraucht wird, ist er da. Und tatsächlich, seine Leistungen, wenn er mal spielt, sind immer sehr ordentlich und sogar Erstligatauglich. So gesehen also ein absoluter Traum-Backup-Spieler, den sich jedes Team wünschen kann. Hinzu kommt, dass er mit all seiner Erfahrung, denen doch eher Junghaufen von Spielern, als Führungs- und Vorbildfigur dienen kann. Zwar läuft sein Vertrag im Sommer aus, dennoch kann man davon ausgehen, wenn Kittner selbst nicht aufhören will, dass er wohl noch einen weiteren Zwei-Jahres-Vertrag bekommen wird, er die Fußballschuhe an den Nagel hängen und die U17 als Trainer übernehmen kann. Denn diese Vereinbarung ist, soweit meine Quellen es hergeben, so wohl fester Bestandteil eines neuen letzten Vertrages. Ja, Klaus Giasola. Weiter geht es mit dem ehemaligen Abwehrcheft. Ja, richtig, ehemalig. Denn Giasola ist wohl aktuell eine der größten Enttäuschungen der Hinrunde gewesen. Als Hauptverantwortlicher der Anfangsmisere aus den ersten sechs, sieben Spieltagen wurde er nach einem Aufstand der Fanvertreter aus der Mannschaft gestrichen und kommt seitdem noch höchst selten zum Zuge. Es scheint so, als hätte der Stern von Giasola seinen Zenit überschritten und kann im Gegensatz zu einem Ole Kittner nicht mehr das Niveau in der ersten Liga mitgehen. Umso ärgerlicher für die Geschäftsstelle von Preußen Münster ist hier, dass meinen Vertrag von Giasola gerade erst im Sommer und zwei weitere Jahre verlängert hat. Das kostet Geld und steht damit im preußischen Jahresabschluss. Hier lege ich den Verein nahe sich spätestens im Sommer, am besten vielleicht sogar eher im Winter, mit einem Verkauf von Giasola auseinanderzusetzen. Zwar wird er mit 30 keine großen Ablösesummen mehr generieren, dennoch ist sein Gehalt vielleicht bei anderen Spielern womöglich besser aufgehoben. Schweres. Einer von diesen Spielern ist Lideon Schweres. Wie schon in der letzten schriftlichen Analyse angedeutet, ist er voll und ganz in die Rolle des Abwehrchefs hineingewachsen und hat somit meine Prognose voll und ganz bestätigt. Auf dem Feld wirkt er meist recht unauffällig, fast wie ein Rösler im letzten Jahr, doch macht ihm das gerade seinen unschätzbar wertvollen Faktor für das Spiel von Preußen Münster. Denn aus meiner Sicht stimmt das Klischee. Je weniger man über einen Abwehrspieler reden muss, desto besser ist er. Fazit? Stammspieler, Abwehrchef und eine wichtige Säule im Team. Hier könnte man vielleicht über eine Vorzeigeverlängerung des Vertrages, der nicht im kommenden, aber im darauffolgenden Sommer ausläuft, nachdenken. Schließlich haben es Goretzka und Maier im größeren Stil vorgemacht, was passieren kann, wenn man die Spielerverträge nicht rechtzeitig verlängern kann. Er wechselt ablösefrei und die mögliche Ablösesumme ist somit futsch. Rösler. Er ist wieder einer der Kandidaten im Preußenkader, die einem zum Nachdenken bringen können. Letztes Jahr noch wichtige Stammkraft beim Projekt Zweite Liga, ist er in diesem Jahr eher in die zweite Reihe gerutscht. Er macht für mich zwar eine bessere Figur als Kollege Liasola am Anfang der Saison, dennoch erlaubt er sich zwei bis drei Wackler, die ihm am Ende seinen Stammplatz gekostet haben. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, finde ich, sollte man auf eine richtige Stellung der spielerischen Ambitionen bei einer Verlängerung pochen. Denn so wie es aktuell aussieht, können die Preußen den Abwehrmann doch noch ganz gut gebrauchen, dennoch sollte er sich mit der Rotationsrolle zufrieden geben können, denn für einen Stammplatz reicht es aktuell einfach nicht. Sollte Rösler wiederum dies ablehnen, würde ich Trainer Feige einfach schon aus Pragmatismus dazu raten, seinen Vertrag auslaufen zu lassen und Gersola, der noch einen Vertrag hat, noch eine Bewährungschance zu geben. Petric. Derjenige, der Rösler den Rang abgelaufen hat in der neuen Viererkette, ist er, Vanya Petric, 19 Jahre alt, gebürtiger Serbe, ausgebildet bei Partisan Belgrad und U21-Nationalspieler Serbiens. Er ist wohl einer der größten Überraschungen der Saison im Preußenkader. Willkommen als letzter Transfer der Münsteraner im Sommer schlug er ein wie eine Bombe im Jugoslawienkrieg. Ja, okay, ich weiß, den hätte ich mir schenken können. Dennoch, was der 19-Jährige an Performance auf den Platz bringt, ist schon fast außerirdisch gut. Gut. Hervorragende Zweikampfwerte, gute Stellungsspiele und kaum Fehler zeichnen den Spielstil des neuen Nebenmannes von Leon Schwers aus. Hierbei kann man als Münsteraner-Fan ganz froh sein, dass die Vereinsführung so vorausschauend war und ihm gleich einen Vierjahresvertrag ohne Ausschieksklausel ins Herz gelegt hat, so dass auch hier weder in diesem noch im nächsten Jahr eine Gefahr des Abgangs zu einem Top-Klub bestehen sollte. Gut, ausgenommen natürlich, sie machen Münster ein Angebot, was sie nicht ablehnen können, aber das gilt so für einige Spieler im Preußenkader. Fazit? Props gehen raus an die Münsteraner-Scouting-Abteilung, die hier einen klasse Griff auf den Balkan gemacht haben. Definitiv ein Spieler, an dem die Fans noch eine ganze Weile Spaß haben werden. Ja, weiter geht's mit Esser. Kommen wir nun zum letzten Innenverteidiger im Preußenkader. Sascha Esser, jemals MSV Duisburg, stand in diesem Sommer sehr weit oben auf der Wunschliste von Trainer Feige. Und ganz ehrlich, was er sich dabei gedacht hat, weiß wohl nur er selber. Ich weiß nicht, ob meine Daten an dieser Stelle richtig sind, aber soweit ich das beurteilen, wartet immer vergebens auf sein Bundesliga-Debüt. Klar, er ist noch jung, unter 20. Dennoch wirkt es aktuell nicht so, als wäre er ein Spieler, mit dem jetzt auf die Schnelle zu rechnen wäre. Auch hinsichtlich der großen Konkurrenz auf seiner Position. Vielleicht wollte ich ja mal Trainer Feige bei nächsten PK ja selber mal nach Esser fragen. Naja, bis dahin bleibt dieser Mann wohl für mich ein Mysterium. Kommen wir nun ins Mittelfeld. Hier muss ich sagen, fällt mir die Strukturierung tatsächlich etwas schwieriger wegen dem Systemwechsel. Ich werde mich am folgenden daran orientieren, also am neuen System und die ganze Geschichte dementsprechend nach diesem 4-4-1-1 aufrollen, was er sich nun in letzter Zeit als favorierte System von Trainer Feige herausgestellt hat. Dementsprechend starten wir mit Kobilanski. Bei ihm kann man es eigentlich ganz kurz machen. Top wie ihr und je. Bester Scorer der Hinrunde im Preußen-Team wie auch schon in den letzten beiden Jahren. Und wenn er was anpackt, dann hat er stets Hand und Fuß. Außerdem ist er flexibel einsetzbar, was ihm noch unberechenbarer für die Gegner macht. Hinzu kommt, dass der Stürmer seinen Vertrag nochmal zu guten Konditionen langfristig verlängert hat, was es auch für Top-Klubs teurer machen könnte, ihn aus Münster in der nächsten Zeit loszueisen. Unterm Strich einfach super. Der Lafiore. Etwas komplizierter sieht die Sache bei ihm für mich aus. Dank des neuen Systems und einer gewissen Sturmflaute kam er in diesem Halbjahr erheblich mehr zum Einsatz als noch im letzten. Dennoch macht er für mich auf der linken Außenbahn, wo er mal hier mal dazu zugekommt, eher eine unglückliche Figur. Für mich ist er ein guter zweiter Stürmer. Maximal ein Zehner. Aber doch keiner für die Außenbahn. Zwar sollte man die Fähigkeiten eines friedlichen Feige nicht unterschätzen, dennoch bezweifle ich, dass er aus dem Deutsch-Italiener, Entschuldigung, noch an dieser Rückrunde einen richtigen Außenbahnspieler formen kann. Vertraglich übrigens muss man sich bei ihm auch keine Sorgen machen, der läuft nämlich noch gute zweieinhalb Jahre. Lehmanns. Er ist ähnlich wie Petric einer der Top-Spieler hinsichtlich der Neuverpflichtungen im Sommer. Das Ganze vielleicht nur etwas erwarteter als beim jungen Serben. Er verdrängte Landsmann van Nijf aus der Startaufstellung und spielt seitdem neben Toko einen stets guten Schuh. Nur verfolgt ihn so ein bisschen gerade das Alu-Pech. Viermal Aluminium in den letzten drei Partien. Für ein Mittelfeldspiel in der Bundesliga vermutlich Negativ-Rekord. Dennoch, was der junge Niederländer gleich in seinem ersten Jahr so leistet, ist schon beachtlich. Offensiv wie defensiv stark und zugleich konditionsstärker als sein Vorgänger machte seine Sache echt gut. Ein guter Griff für die Preußen also. Toko. Auch er ist ein kleiner Gewinner der neuen Saison. Letztes Jahr fiel das Laufwunder, wie sie ihn nennen, schon konstant mit guter Leistung auf und wurde somit in diesem Jahr von Trainer Feige zum Kapitän der Mannschaft ernannt. Eine gute Wahl, wie ich finde. Wohl momentan, wie man so schön sagt, auf den Zenit seines Schaffens, wo er seinen Vertrag zeitgleich mit dem von Giasola um zwei weitere Jahre verlängert und siehe da, es lohnt sich. Stets verlässlich, zweikampfstark, laufstark dürfte es für ihn auch ohne weitere Verletzungen in der Rückrunde auf jeden Fall positiv mit ihm weitergehen. Auch eine ganz wichtige Solle im Team des Preußen-Münster-Spiels. Van Nief. Er ist wiederum einer der Verlierer der neuen Saison. Und das hat vor allem mit Pech zu tun. Denn eine langwierige Verletzung am Anfang der Spielzeit war es, der den Niederländer im Kampf gegen seinen Landsmann Lehmanns um den zweiten zentralen Mittelfeldplatz entscheidend zurückwarf. Seitdem wartet und lauert er seine Chance, aber bis zu diesem Zeitpunkt wohl erstmal nur als Bankdrücker. Sein Vertrag läuft ebenso lange wie der noch von De La Fiore, also knappe zweieinhalb Jahre. Ich weiß, Fußball hat eigentlich wenig mit Wahrsagerei zu tun, doch ich habe das Gefühl, dass vielleicht noch in der Rückrunde er zu groß zum Zug kommen dürfte. Also liebe Preußen-Fans, haltet bei ihm die Augen offen. Rinderknecht. Wenn Esser das Mysterium in der Verteidigung ist, so ist Rinderknecht es für mich im Mittelfeld. Im Sommer von Trainer Feige zurück nach Münster geholt, kommt er über die Rolle eines Backup-Spielers oder eher eines zweiten Backup-Spielers nicht hinaus. Auch von den Fangruppierungen bekam er schon Kritik, dass sich seine Verpflichtung nicht gelohnt habe und sich auch allgemein strategisch nicht einleuchten würde. Ich meine, dass es sich bei der zweiten Ehrer Rinderknecht um ein nicht ganz so teures Missverständnis handelt, welches man vielleicht noch im Sommer, wenn das Transferbudget stimmt, beenden dürfte und sich in einem geeigneteren Ersatz umsehen sollte. Lennart Stoll. Denn der für mich momentan formstärkste Backup im Mittelfeld ist für mich das Eigengewächs Lennart Stoll. Bislang immer im Schatten der anderen gewesen, blüht er in dieser Saison richtig auf und kommt vermehrt zu Joker-Einsätzen. Aus meiner Sicht überraschend, aber im positiven Sinne. Ja, freut mich auf jeden Fall für ihn, ebenso wie die Tatsache, dass aus seinem Vertrag noch knappe zweieinhalb Jahre läuft und er somit auch für seine guten Leistungen weiterhin immer mal wieder mit Bundesliga-Luft belohnt werden dürfte. Ritzi. Kommen wir nun von einem aufsteigenden Stern wieder zu einem, der zu sinken scheint. Entschuldigung. Die Rede ist vom Ex-Kapitän Michele Ritzi. Lange Zeit unter Trainer feige Stammspieler und nicht aus dem preußischen System wegzudenken, scheint der 32-Jährige in diesem Jahr so langsam abzubauen. Vertrag hat er zwar noch lange, doch zugleich ist er auch einer der Top-Verdiener des Vereins. Ich finde, auch wenn es hart klingt, seine Zeit ist vorbei und man sollte sich, ja, wenn jetzt nicht unerwarteterweise im Frühjahr ein großer Turnaround ankündigt, von ihm in Ehre und Würde trennen. Denn um jetzt noch drei Jahre Bankdrücker zu spielen, hat er doch für den Verein zu viel geleistet aus meiner Sicht. Akita. Zu ihm habe ich persönlich nicht so viel zu sagen. Bekommt momentan in Münster aufgrund der sportlich guten, aber etwas angespannten Lage, in Klammern Kampf und im Klassenhalt, wenig Spielzeit. Ich würde Preußen deshalb eine Laie für ein halbes oder ein ganzes Jahr in die zweite bzw. dritte Liga nahelegen, damit er woanders Spielpraxis sammeln kann. Denn ein talentierter Junge ist er ja, der Japaner. Das wissen wir alle. Bapo. Kommen wir nun zu einem der Spieler, aus meiner Sicht, ja, der zu so einem kleinen Liebling unter Trainer feige herangereift ist. Ulrich Bapo hat in den letzten anderthalb Jahren, seitdem er bei Münsters eine, ja, sehr starke Entwicklung durchgemacht und es für mich auch zu einem guten Erstliga-Profi herangereift. Leglich die Tatsache, dass aus seiner präferierten Position, die des Zehners, mit Kobilanski und De Lafore zwei Spieler diese ganze Geschichte im Beschlag genommen haben, die ziemlich gut spielen, ja, diese Tatsache verhindert ist, dass er sich einen Startplatz bislang in Münster ergattern konnte. Und da er defensiv nicht ganz so stark ist im Mittelfeld, könnte er dort nicht eben so unterkommen, da er, ja, dort somit im selben Boot sitzt wie Van Nief. Ja, unterm Strich ist er für mich einer der Dauereinwechsler und könnte nur durch ein Formtief oder der Verletzung der Konkurrenz endgültig zum Zuge kommen. Immerhin gibt es bei ihm im Vergleich zu Van Nief aber noch einen weiteren Hoffnungsschimmer und das sind andere Vereine. Denn im Gegensatz zu einem etwas älteren Toko sind der Lafore und Kobilanski noch gefragte junge Spieler, bei denen sich früher oder später definitiv nur Angebote bei Münster, ja, einfinden werden, die sich zumindest als diskutabel erweisen dürften. Jetzt momentan braucht er vor allem eines und das ist Geduld. Die Zeit ist auf seiner Seite. Gressel. Der absolute Gewinner der Hinrunde ist Julian Gressel. Stets als talentierter Kicker eingeschätzt, aber ohne jeglichen Bezug zum System feige. Tja, nun hat er ihn. Seinen geliebten Platz im rechten Mittelfeld und macht seinen Job dabei auch wirklich großartig. Trotz des hohen Pensums spielt er immer eine durchschnittlich gute Partie, bis überdurchschnittlich gute Partie und bereichert auch insgesamt mit seiner Schnelligkeit und Technik das Preußenspiel enorm. Glückwunsch an Julian auch von meiner Seite. Du bist bei Preußen Münster endlich angekommen. Höhler. Wechseln nun einmal rüber noch in den Sturm, obwohl wir diesen Jahr mit der Lafore und Kobilanski bereits einmal angeschnitten haben. Lukas Höhler ist für mich so ein bisschen die Tragischefigur in diesem Jahr. Seitdem Waschewski, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, schwächelt, bekam er immer wieder die Chance auf die Startelf-Einsätze, konnte diese bislang aber bis zum heutigen Tage nicht wirklich mit letzter Konsequenz nutzen und verbleibt somit als zweiter Stürmer hinter Waschewski. Ein Höhler in der Form des letzten Jahres, so bin ich mir sicher, wäre jetzt Stammspieler geworden, aber das Niveau in der Bundesliga ist logischerweise halt noch mal etwas höher. Auch um einen Wechsel muss man denke ich, sich keine Gedanken machen. Der Vertrag läuft noch länger und seine aktuellen Leistungen sorgen zumindest nicht für einen gnadenlosen Amststurm anderer Interessenten. Er muss ihn in der Rückrunde auf jeden Fall noch steigern. Waschewski. Selbiges gilt für Tobias Waschewski. Das absolute Top-Tanent und Sturm-Juwel steckt momentan in einer handfesten Krise. Schon am Anfang des Jahres blieben die Tore weg. Doch da konnte er sich durch geschickte Zweikämpfe und klasse Vorlagen die ganze Geschichte wieder ausgleichen. Jetzt aber so langsam werden einige Preußen-Fans ungeduldig, denn die Währung, an denen Stürmer nur einmal gemessen werden, sind Tore. Auch wenn ich mich an dieser Stelle einmal mehr als großer Waschewski-Fan outen muss, will ich zu seiner Verteidigung noch mal ein paar Fakten in den Ring werfen. Erstens. Der Junge hat vor zwei Jahren noch Drittliga-Fußball gespielt, was nun eine völlig andere Dimension ist. Zweitens. Der Druck, der auf ihm lastet, ist enorm. Nach der Systemumstellung ist er der einzige echte Stürmer und das ohne Partner, nur Supporter vom Zehner. Wenn er die Buden nicht macht, sieht es generell in der Regel schlecht ums Team aus. Drittens. Der Hype um ihn ist groß. Überall ist er zu sehen. Im Fernsehen, auf Plakaten, in Zeitungsartikeln. Sowas kann ein Junge schon mal an die Substanz gehen. Und viertens. Wurde er als erster Preußen-Münster-Spieler überhaupt in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen. Viele mögen jetzt sagen, was für eine Ehre. Doch zugleich ist es auch eine große Bürde, weil es noch einmal die Erwartungshaltung etwas höher schraubt an ihn. Ich bin mir sicher, dass er sich in dieser Hinrunde erstmal an diese völlig neue Situation gewöhnen musste und dass er nun in der Rückrunde spätestens ab dem 20. Spieltag wieder aufblühen wird. Bis dahin bitte ich alle Preußen-Münster-Fanen um etwas Geduld mit ihm. Die Situation ist schwierig, aber auf dunkle Tage folgen stets auch irgendwann wieder die Hellen. Soviel nun zu den Einzelspielern. Ihr, der sich das bis hierhin gegeben hat, kann sich schon mal als echter Fan der Let's Play-Reihe bezeichnen und Respekt und Danke fürs Zuhören schon mal an dieser Stelle. Doch wartet, ganz bin ich noch nicht durch. Denn eine Frage bleibt noch offen. Wie schätze ich die Chancen für Münster in der Rückrunde ein? Ich denke, was wir bis zum jetzigen Zeitpunkt gesehen haben, ist noch nicht ganz, aber nah am Maximum von dem, was der Kader leisten kann. Ich befürchte aber auch, dass einfach aufgrund der Situation des Umfeldes noch es zu weiteren Leistungsschwankungen kommen wird. Auch habe ich irgendwie den Verdacht, nachdem Münster jetzt wieder so lange von wirklich schwerwiegenden Verletzungen verschwunden geblieben ist, dass sich da noch, ja, was auf die Preußen-Ater zu bewegen wird. Am Ende sage ich mal voraus, dass die Klasse auf jeden Fall gehalten wird und nach dieser starken Hinrunde auch mal nicht mehr wirklich da unten reingeraten wird. Jedoch wird auch die Euroleague, das Ziel der ganz großen Träumer, nicht drin sein. Ich denke, am Ende wird es ein solider Platz 11 mit einem aufgeblühten Waschewski, aber einem Langzeitverletzten, der Trainer Feige noch so einiges Kopfzerbrechen behalten wird. Zum Abschluss, wo sollte Preußen Münster dann jetzt noch was tun? Nun, wie schon Killer angedeutet hat, bin ich auch der festen Überzeugung, dass noch etwas auf der Außenbahn kommen muss. Killer sprach von einem LM. Ich würde jedoch zur Absicherung neben einem LM noch einen weiteren Flügelspieler verpflichten, der auch noch auf der rechten Seite einsetzbar ist. Denn so sehr ich es dem Gressel auch gönne, könnte eine knappe volle Saison ohne Backup für ihn den Spieler am Ende vielleicht doch etwas überfordern bzw. überbeanspruchen, Stichwort Verletzung. Und ich denke, das wollen wir alle nicht. Gut, ansonsten würde ich sagen, ich bin durch an sie erstellig, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt es gefeiert. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns ansonsten bei der großen Sommeranalyse wieder. Kommentare etc. pp. könnt ihr gerne hier unten lassen. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.